ja hallo bei support.net surft heute geht es mal wieder um das thema youtube und zwar gibt es einen youtube player namens youtube und da kann man sich zum beispiel videos in einer besonderen art und weise anzeigen lassen ich habe da schon mal was eingegeben und das müsste jetzt eigentlich auch gleich los spielen da seht ihr was es kann man dann hier auch so ein bisschen mit dem mauszeiger noch optimieren das ist die also die eine möglichkeit die es gibt und die zweite möglichkeit ist auch seine eigene webcam dazu zu benutzen das mache ich jetzt auch noch mal muss ich hier also zulassen und schon geht es los ja das ist also der youtube player der macht viel spaß man kann auch an den einstellungen noch ein bisschen rum friedeln das gibt es auch als es probiert einfach mal aus viel spaß dabei und bis zum nächsten mal bei support.net surft tschüss